Das Internet verändert alles. Es macht aus Start-ups Weltmarktführer und erschließt etablierten Playern ganz neue Märkte. Vorausgesetzt, sie sind schnell genug. Ein klassisches Thema für die BPW-Gruppe. Ein Unternehmen mit einzigartigem Know-how aus rund 120 Jahren in der Transportbranche. Daraus schafft BPW nun ein völlig neues Angebot. Das Innovation Lab. Ein Kompetenzzentrum für die Digitalisierung des Transports. Doch der Reihe nach. Das Internet der Dinge revolutioniert die Wirtschaft. Maschinen sprechen mit Maschinen und tauschen ihre Daten mit ERP-Systemen und sogar mit Produkten aus. Allerdings nur bis zur Laderampe. Was beim Transport geschieht, liegt bislang völlig im Dunkeln. Wie jetzt? Ausgerechnet die Autobahn? Ein schwarzes Loch? Nicht mehr lange. Denn das Internet of Transport wird die Logistik von Grund auf verändern. Und das ist die Chance für Unternehmen. Sofern sie jetzt handeln. Denn in der digitalen Welt verdrängen nicht länger die Großen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen. Über den Erfolg entscheidet der Informationsvorsprung. Etwa durch Echtzeitinformationen über Zustand oder Position der Fracht, über Verkehr oder Wetter. Sie ermöglichen erstmals eine intelligente Steuerung der Transportprozesse auf einer sicheren IoT-Plattform. Zuverlässig integriert in alle relevanten Backbone-Systeme. Das BPW Innovation Lab ist das Kompetenzzentrum für diese digital vernetzten Transportprozesse. Im Innovation Lab durchleuchten wir Prozesse, erhöhen ihre Transparenz und machen so ihr Digitalisierungspotenzial greifbar. Und das Beste, unsere agile Methodik bringt auch Ergebnisse überraschend schnell vom Konzept auf die Straße. Mit der Kreativität und Agilität eines Startups und der Power von zwei Top-Playern im Software- und im Transportmarkt. Wir verbinden das führende Transport- und Telematik-Know-how von BPW mit der Software- und IoT-Kompetenz von SAP. Das BPW Innovation Lab für Unternehmen, die zu den Gewinnern des digitalen Transports gehören wollen.